Sollte ich Ihnen das haben wir wieder zu Star Trek Online und wir sind in der nächsten Episode Das Versteckspiel. Diese Einschränkung ist geheim. Der Geheimdienst der Stempflotte hat den Erschlüsseln und Nachrichten um den Indienischen Agenten gearbeitet, den sie bei Pujim entlarvt haben und wir glauben, dass wir etwas gefunden haben. In den Daten wird mehrmals Bezug auf den Paulson Nebel genommen Das ist ein Abschnitt des Weltraums in der Nähe des Lucky Systems, über den wir nicht sonderlich viel wissen Die Flotte möchte, dass sie den Nebel erkunden und herausfinden, warum die Undinen sich für ihn interessieren Seien Sie vorsichtig, als die Enterprise D in diesem Abschnitt war, meldete sie, dass die Zusammensetzung der Wolken dazu führen kann, dass die Sensoren feindlicher Schiffe nicht mehr wahrgenommen werden können Feindliche Schiffe nicht mehr wahrnehmen können So Dafür gibt es Ein Impulsantriebsstufe 2, das ist cool Eine Betäubungspfohle Pfiffspfohle Und ein Lehrbuch Für Taktik, Strahlenbank, Feuer, Frei 1 Okay, ja, machen wir Das Versteckspiel Viel Glück, Lieutenant Gut, dann wollen wir mal auf der Karte gucken, wo müssen wir denn hin Ja In den Orion Sektor Ins Lucky System Da flüchen wir jetzt hin Und dann können wir mal auf der Karte gucken, wo müssen wir jetzt hin Und dann können wir mal auf der Karte gucken, wo müssen wir denn hin Das Lucky System Beginne das Versteckspiel So Wir empfangen ein Notsignal von der USS Valor Sie werden von den Gorren angegriffen Und ihre Schilde versagen Kapitän, sie halten nicht mehr lange durch So Wir sind auf dem Weg Gas geben hier Und jetzt Fregatte Wir brauchen eine Chance gegen eine Fregatte Und jetzt Ja, wurscht! da ist der dritte hinter uns danke für die unterstützung wir sind auf der mission um den pausennebel zu kardografieren da der wird von den hilfen ist nicht ausreichend kompensiert sind auf eine illegale mine der gorn gestoßen das macht die bestimmt nicht wenn sie nicht rechtzeitig aufgetaucht wären lieutenant würden wir jetzt vakuum atmen unser chef engineer sieht keine möglichkeit für uns um zu einer sternbasis zurückzukehren ohne neue dilution kristalle hängen wir definitiv fest sieht so aus als wären wir gerade rechtzeitig es gibt kristall auf einigen der größeren suiten hier deshalb sind wir hierher gekommen wenn sie eine der kristalle für uns besorgen könnten wir es schaffen uns in sicherheit zu geben senden sie ein signal wenn sie fragen zum nebel haben wir geben unsere daten gerne weiter wir werden etwas von dem planeten sammeln sammeln sie die litium kristalle nehmen sie kristalle an bord nehmen sie kristalle an bord nehmen sie kristalle an bord neben sie kristall auf , sagt sie an muss Wir müssen uns gleich mit dem ganzen Kreuz anlegen hier wieder, ne? War völlig außer Reichweite. Jetzt, eine weitere Ladung sollte ausreichen. Wir müssen uns gleich mit dem Kreuz anlegen. 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 Ein weiteres Schiff da geworden. Wir müssen uns gleich mit dem Kreuz anlegen. Wir müssen uns gleich mit dem Kreuz anlegen. Da werden wir wieder hin. Wir müssen uns gleich mit dem Kreuz anlegen. Wir müssen uns gleich mit dem Kreuz anlegen. 1 von 7 nehmen. Weiter geht's. Wenn Sie in die Paulsennebelfriegel wollen, braucht Ihr Antrieb mehr Kraft. Ich empfehle einen Besuch auf Black E3. Die Gordon haben die Mitarbeiter der Föderation dort verjagt und eine Produktionsstätte für Dekalitium übernommen. Es steht nur fair, ne es ist nur fair, nur fair einige unserer Kristalle zurückzuholen. Na, danke. Na dann, auf nach Black E3. Zack. Captain, die Anlage zur Aufbereitung liegt direkt vor uns. Die Gordon haben etliche Anlagen in dem Trümmerfeld. Es gibt auch mehrere Kampfschiffe und Fregatten. Bericht. Sie wissen, dass Sie sich im Föderationsgebiet befinden und versuchen Ihre unrechtmäßige Ausbreitung zu verteidigen. Ich rate dazu, mit Vorsicht vorzugehen. Vorsicht, wir killen erstmal ein. Und gucken mal, was passiert. Und gucken mal, was passiert. Sie wollen sich in das Boot. Sie wollen sich an den guten Dauberen – Sie kennen sich in die Überraschung. Sie wissen, dass seine Anlage in der Handkarte hat. Sie müssen uns aufhören. Sie müssen nachqueren. Sie müssen das nicht gewenmaßt. Sie müssen aufhören. Sie müssen auch aufhören. Versuchen Sie herzhoch zu beamen. Das war ja klar. Ein Störfeld blockiert den Transporter. Er muss aus näherer Umgebung stammen. Raumladung vorbereiten. Schicken Sie Ihnen eine Warnung, wenn wir zur Station beamen. Wenn man los. Störstation. Da ist die Störstation. Da ist auch das feindliche Schiff. Er ist die Störstation zu müssen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn ein Kreuzer keine Chance hat, haben zwei Fregatten schon mal gar keine Chance. Okay. Das war's für heute. Und zerbrezelt. Das war's für heute. 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 Da seh' ich doch schon das Erste. Das war's für heute. 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 Und dann heißt es auch für heute. Dann soll ich noch mal kurz aufs跑en. Und dann gibt's mal neue definite. Das war's für heute. Im H wreck de Kompassen sauve serviertel. Das Skype-Auf... Als wir verlangt werden. ja alles schon. Einmal dagegen geflogen. So. Außenbeam. Captain, wir müssen uns den Weg zum Computercamp freikämpfen. Okay. Okay. Disrupte... ...Strahlengewehr. Stu 2. ... ... ... ... ... ... Okay. Alle wüscht. Okay. Alle wüscht. Wir können diese Daten zur Analyse auf unsere Computer hochladen, aber es wird eine Weile gedauern. Wir müssen den Computer verteidigen bis der Download abgeschlossen ist. Alles klar. Dann verteidigen wir mal. Weitere Aktivitäten. Aufzeichnen. Auszeichnung halten. Ein Weg durch den Nebel. Wir haben die Daten runtergeladen. Sir, das sollte mit dem Geheimdienster Sternplatte möglichst bald zukommen lassen. Sollten wir den? Ja. Dann bringen wir uns wieder hoch. Mehr Klingonen Schiffe sind auf dem Weg. Ja. Dann holen wir uns raus hier. Klack, 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 klack. Starfleet will analyze the data from the listening post. Mit Glück, there will be something there, that will help us in our fight. Wenn die Daten analysieren, mit Glück finden wir raus, was das so bedeuten hat. So. Dann wollen wir die Sachen mal einsacken hier. Sie können Brückenoffiziere in neuen Fertigkeiten ausbilden. Ich habe sowas von keine Ahnung. Was soll man denn jetzt machen? Sie können ihr Brückenoffiziere in neuen Fähigkeiten ausbilden. Zum fortfahren klicken Sie. Pro Rang immer nur ein Boden und eine Raumfertigkeit aktivieren. Aktiv haben. Um zu wechseln, muss ich zunächst den gewünschten Fertigkeitsplatz auswählen. Um eine neue Fertigkeit zu erlernen, muss man Brücken auf die den nötigen Rang erreicht haben und das Lehrbuch für die Fertigkeit besitzen. Die meisten Lehrbücher können von Ausbildern in den Fraktionszentren Raumdorxer Erde gekauft werden. Andere finden Sie in Fachbereichen, die können hergestellt werden. Da unten steht verfügbare und erlernen. Brückenoffiziere können auch an eine Spezialisierung ausgebildet werden, um zusätzliche Fertigkeiten, falls ich sagen. Kann immer nur eine Spezialisierung gleichzeitig aktiv haben. Also wir könnten jetzt ummantelte Waffensysteme, Hilfesysteme, Waffen anvisieren. Strahlenbank, Feuer frei eins. Also Feuer frei klingt total gut. Das Erlernen dieser Fertigkeit kostet 400 und wird zudem das entsprechende Lehrbuch unbrauchbar machen. Okay. Okay. Was auch immer das hier alles bedeutet. Oh, wir haben einen Punkt. Okay. Wir haben hier den Kopf. Okay. 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 So, was auch immer das alles noch bedeuten, das kriegen wir alles noch später raus. Gut. Das war das Versteckspiel. Haben wir gut hingekriegt. Und dann machen wir wieder ein Päuschen.